Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Color Full Paper Art. Ich bin es, Birgit, und ich begrüße dich heute in meiner Papierwerkstatt. Zur Zeit ist es so, dass ich immer dem Licht folgen muss. Also für meine Anmoderation ziehe ich durch die ganze Wohnung und schaue, wo ich das beste Licht habe für diese Aufnahmen. Und ja, heute ist es die Werkstatt und da bin ich nun. Wie geht es dir jetzt in diesen Herbsttagen? Wir haben ja schon, ja, wir sind schon über die Oktobermitte hinübergekommen. Das Wetter ist ja immer noch relativ warm und auch oft sehr angenehm, auch wenn es zwischendurch mal regnet. So ist es jedenfalls hier im Norden. Und ich nutze die Zeit und gehe raus, so oft es geht, insbesondere dann, wenn die Sonne mal ihre Strahlen über mich scheinen lässt. Das nehme ich ganz bewusst auf und tanke dann Energie, so meine ich jedenfalls, die mir dann vielleicht auch über die Tulmentage hilft. Ja, und das soll auch das Thema des heutigen Videos sein. Es geht um unsere größte Lichtquelle, die wir haben. Denn das ist ja für mich das Problem in dieser Jahreszeit, dass es jeden Tag eigentlich immer weniger Tageslicht gibt und immer mehr dunkle Nacht kommt. Damit habe ich manchmal ein Problem. Aber ich habe mir gedacht, für dieses kleine Journal wäre es doch super, wenn wir ein wenig Sonne auf Vorrat produzieren könnten und uns die Wärme und das Strahlen und das Licht auf diese Art und Weise bewahren und vielleicht auch mal zurückholen können, wenn wir es dann besonders brauchen. Und darum soll es heute gehen. Aber zunächst möchte ich allen denen danken, die mich hier durch ihre super nette Art und ihr Engagement und ihre Kommentare durch diese Videoreihe und auch durch den Herbst tragen. Denn bevor ich hiermit angefangen bin, war ich so ein bisschen im Zweifel, ob es überhaupt interessant ist, sowas zu machen, ob es jemand anders interessiert oder ob ich das nicht doch lieber für mich alleine tun sollte. Aber bis jetzt habe ich nur positives Echo bekommen und das freut mich sehr und das inspiriert mich auch so. Und ich habe noch so viele Ideen, die ich jetzt loswerden möchte und in dieses Journal integrieren und mit euch teilen will. Ja, da reicht die Zeit kaum. Aber das Schöne ist, dass so dunkle Gedanken gar nicht erst aufkommen können. Nochmals ganz lieben Dank dafür und jetzt wollen wir uns mal ran machen und ein bisschen Sonne auf Vorrat produzieren. Viel Spaß dabei! Heute werde ich also mein Journal mit etwas Sonnenschein bereichern. Und das beinhaltet, dass hier also Sonnen aufs Papier gebracht und irgendwie ins Journal eingebracht werden sollen. Wer mitmachen will und wer auch Sonne und Sonnenlicht in seinem Büchlein wünscht, der kann seine Sonnen natürlich auf ganz unterschiedliche Weise ins Bild kommen lassen. Man kann zeichnen, malen, man kann Sonnen ausschneiden und aufkleben, die man irgendwo in Zeitschriften oder Büchern gefunden hat. Und man kann aber auch schablonieren oder auch, wie ich es jetzt tun werde, stempeln. Hier liegen zwei Stempel, die aus Moosgummi angefertigt sind. Das ist ein ganz, ganz einfaches, kinderleichtes, wirklich kinderleichtes Verfahren. Und wie das geht, habe ich in diesem Video, was ich jetzt hier oben verlinke, mal etwas ausführlicher dargestellt. Also wenn du Lust hast, solche Stempel nachzumachen, schau dort mal rein. Und diese beiden Stempel jetzt sind zustande gekommen. Und zwar hat meine Enkelin auf meinen Auftrag hin diesen Stempel entworfen. Diesen Sonnenstempel, es sollte ja eine Sonne werden. Und ihn dann auf dem Moosgummi sozusagen verewigt. Ich habe dann den Rest gemacht, also diesen Stempel ausgeschnitten und auf einen Träger geklebt aus, das ist jetzt Plastikmaterial aus einer Verpackung, also Typ Salatverpackung oder so. Und darauf sitzen diese Stempel sehr gut. Und man kann auch immer gleichzeitig auch sehen, wo man klebt, also an welcher Stempel, wo man stempelt. Das ist also deutlich zu sehen, besser als wenn man sich jetzt hier ein Stückchen Holz dahinter kleben würde. Und dies ist mein Entwurf zur Sonne, der ist etwas größer. Und das sind jetzt also die beiden Ausgangspunkte. Und jetzt werde ich verschiedene Papiere mit diesen Stempeln bestempeln und bedrucken. Und dann später in unterschiedlicher Art diese wiederum in das Journal integrieren. Also zum Beispiel als Hintergrundpapier, als kleinen Teck oder kleine Lasche, als Tasche, als vielleicht Assoziationskarte, als Bellyband, also Bauchbinde, die man so quer rüber zieht und da was hinter stecken kann. Was genau, weiß ich noch nicht. Das fällt mir dann immer ein im Laufe der Arbeit. Aber jetzt muss zunächst einmal Papier hergestellt werden, damit wir das überhaupt auch machen können. Und ich zeige jetzt hier nochmal ganz kurz, wie dieser Stempelvorgang funktioniert. Also ich bringe hier mit dem Pinsel die Farbe auf und es handelt sich jetzt hier um Schulmalkastenfarbe. Also ganz einfache Farbe. Acryl geht auch, Gouache geht auch. Aber wie gesagt, dieser Schulmalkasten tut es auch. Und dann drucke ich den Stempel hier auf dem Papier ab. Und nun kann man spielen. Man kann unterschiedlich stark Druck anwenden. Man kann unterschiedliche Feuchtigkeit im Stempel, also beim Farbauftrag haben. Das verändert alles immer den Abdruck des Stempels. Wenn er sehr feucht ist, der Farbauftrag, dann gibt es so schlierige Abdrücke. Und wenn je trockener die Farbe ist, desto genauer wird dann nachher auch der Abdruck. Aber das sagt dir die Erfahrung, wenn du da einfach erstmal mit anfängst und dich ausprobierst. Und auch wenn du vielleicht mit den ersten Abdrücken nicht zufrieden bist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die sich nachher doch super gut weiterverarbeiten lassen. Weil also wirklich jeder Abdruck so seinen eigenen Reiz auch hat. Und im Gesamtbild einer Arbeit nachher sogar außerordentlich interessant wirken kann, wenn er vielleicht unvollständig nur abgedruckt ist oder eben schlierig abgedruckt ist. Wie auch immer. Ja, und man kann, wie du siehst, die Farbe nutzen und mehrfach abdrucken. Dann muss man den Druck natürlich zum Schluss ein bisschen erhöhen. Und gleichzeitig werden die Abdrucke schwächer. Das nennt man den Ghost Print. Weil er so ein bisschen geisterhaft und neblig aussieht. Und auch damit kann man sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielen. Der ist ja wie so eine Art Schatten. Und von daher auch sehr gut zu verwenden. Und ich drucke jetzt mal hier durcheinander und überlappen. Und ich nehme jetzt hier ein bisschen Rot mit rein. Ja, und es hängt nicht nur vom Farbauftrag ab, wie dein Stempelabdruck wird, sondern auch von dem Papier, was du wählst. Dieses hier ist jetzt so ein Papier aus einem Zeichenblock, also etwas stärker als Kopierpapier. Und das saugt einigermaßen. Also dann sehen die Abdrücke so aus, wenn du ein ganz glattes Papier nimmst. Das zeige ich nachher mal, dann werden sie wieder anders aussehen. Und so kann man auch damit variieren. Also alleine hiermit kannst du schon mal einen Nachmittag verbringen, wenn dir sowas Spaß macht. Und kannst also experimentieren und ausprobieren und schauen, was dabei rauskommt. Und so ähnlich wie beim Drucken mit der Jellyplate ist es eigentlich so, dass es fast gar nichts für ein Abfall ist, weil man alles irgendwie verwenden kann und alles auf seine Art und Weise schön ist. Ja, ich glaube, das Prinzip ist klar geworden hier. Und dann zeige ich mal kurz, was ich noch so an Abdrücken hier habe oder an Drucken. Hier haben wir den kleinen Sonnenstempel von meiner Enkelin. Den finde ich auch total süß. Und hier sieht man schon, also das ist auch ein Verpackungsmaterial, aber mit einer glatten Oberfläche. Und hier sieht man dann, vielleicht kann man das in der Kamera auch gut erkennen, wie schwierig dann die Abdrücke werden. Aber irgendwie finde ich die auch faszinierend, kommt fast dieses Sonnenähnliche noch ein bisschen besser raus. Dieses Aquarellpapier, starkes Aquarellpapier, gut saugfähig und hat die Farbe immer sofort angenommen, auch bei sehr nassen Stempeln. Dieses ist das gleiche Material, aber eben so ähnlich wie hier, also überlappend gestempelt. Dann habe ich hier Buchseiten. Auch das geht sehr gut, wie man sieht, hier ganz einfarbig. Hier wieder ein mit Kaffee gefärbtes Papier und alles wild durcheinander gestempelt. Das ist ein Kopierpapier, ein Fehldruck oder eine Fehlkopie. Das lässt sich sehr schön verwenden. Ja, und diese Karte oder dieses Papier hat meine Enkelin bedruckt, weil ihre Mutti meine Tochter nächste Woche Geburtstag hat. Und dann wollen wir daraus noch irgendwie eine habsche Karte gestalten. Das ist jetzt erstmal der erste Arbeitsschritt gewesen. Hier zum Schluss habe ich nochmal die große Sonne und hier auch mal einzeln. Da kann man vielleicht ATC-Karten draus machen oder Tags, habe ich mir so gedacht. Das ist also das Ausgangsmaterial und jetzt geht es daran, schöne Dinge zu kreieren für unser Journal. Ich habe mir in diesem kleinen Buch eine Seite ausgesucht, die ich gerne für dieses kleine Sonnenprojekt verwenden möchte. Und das ist diese Seite, die zum einen aus einem Tapetenrest besteht, den ich so zur Lasche umgefaltet habe. Und zum anderen ist hier nochmal an der gegenüberliegenden Seite die gleiche Tapete eingebunden worden mit dem gerissenen Rand. Und ich habe in der Zwischenzeit dieses Segment der Seite einfach mit Aquarellfarbe ein bisschen sonnengelb gefärbt. Und ich habe hier eine ganz einfache kleine Tasche aufgeklebt, indem ich nur ein weiteres Stück Tapete ausgerissen habe. Und es mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt habe. Vorher habe ich die Ränder noch gefärbt, also Distressed, wie es so schön heißt. Und was ich jetzt heute tun möchte, ist, ich habe zwei Gedichte mir ausgesucht, die ich sehr schön finde und die finde ich sehr, sehr gut passen. Dazu noch später ein bisschen mehr. Das eine ist ein Vers aus dem Song von Johannes Oerding an guten Tagen. Und diesen Vers finde ich so besonders schön. Und deswegen soll er hier mit rein in mein Journal und mich auch immer daran erinnern, wenn es mir mal nicht so gut geht, ja, dass die Sonne ja da ist und dass sie auch da gewesen ist. Es geht also um eine Erinnerung an die Sonne, die man sich im Herzen bewahrt. Und genau das Gleiche sagt auch Goethe, nur mit etwas anderen Worten. Und auch dieses Gedicht finde ich oder diesen Vers finde ich wunderschön und möchte ihn hier auf die Tasche kleben, während Johannes Oerding hier so ein bisschen versteckt hinter der Lasche liegen darf. Das ist also die Idee und jetzt geht es an die Arbeit. Zunächst einmal finde ich, ist das alles hier viel zu weiß und auch hier möchte ich ein bisschen Gelb-Rot-Schattierung haben. Und das geht sehr einfach. Hier ist jetzt übrigens eine ganz normale Seite Kopierpapier und ich habe einfach ausgedruckt den Text. Und dazu muss ich sagen, ich habe einen Laserdrucker, der druckt also nur schwarz-weiß, ist aber natürlich als Laserdrucker dann in den Ausdrucken wasserfest. Das ist sehr schön. Man kann also drüber färben. Wenn du sowas auch machen möchtest und hast einen Tintenstrahldrucker, dann würde beim Drüberfärben die Farbe verwischen. Da wäre es dann also ratsam, du färbst deine Seite, bevor du sie durch den Kopierer gibst. Aber du kannst den gleichen Effekt erzielen. Das ist kein Problem. Und ich nehme mir jetzt einen Pinsel, rühre mir etwas Aquarellfarbe an. In diesen Tönen, die ich hier gerne haben möchte. Das darf recht verdünnt sein, das muss nicht so stark sein. Und dann nehme ich Wasser auf den Pinsel und die Farbe und ziehe hier einfach nochmal so ein bisschen drüber. Und verteile das. Und habe dann automatisch dieses sonnige Gefühl auch auf dem Papier. So, das habe ich jetzt zuerst gemacht, damit das schön trocknen kann in der Zwischenzeit. Während ich dann jetzt mit der Klebearbeit anfange. Ich habe ja hier noch mir ein weiteres Papier zur Seite gelegt. Und das war dieses wild gedruckte Sonnenpapier auf der ausrangierten Kopie, was ich ja vorhin schon gezeigt habe. Und das möchte ich so hier aufkleben. So, nein, so nicht. Ich möchte es so hier aufkleben, dass es diese weiße Fläche verdeckt wird und gleichzeitig hier einen schönen Rand gibt. Vielleicht könnte man den hier auch noch in Bögen schneiden. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Denn ich möchte auch nachher diese kleinen Sonnen. Das sind ja die Sonnen aus diesem Druck. Die habe ich ja auch irgendwo mal einzeln aufgedruckt und ausgeschnitten und habe diese kleinen Gesichter, Sonnengesichter da drauf gemalt, die so ein bisschen fröhliche Sonnenstimmung hier verbreiten sollen. Und ja, drei oder vier, glaube ich, passen hier rauf. Die werde ich hier so raufkleben. Und hinter der Lasche soll dann der Vers von Oerding seinen Platz finden. Und den werde ich hier mit den Reststreifen einfach nur am oberen Bereich ankleben. Der darf so ein bisschen lose sein. Das macht sich bei diesem Wellumpapier, das habe ich jetzt auf Wellum ausgedruckt. Wellum ist ja so ein transparentes, etwas festeres Material. Ich weiß gar nicht, aus was das gemacht ist. Damit kann man aber ganz hübsche Effekte erzielen. Und dies habe ich jetzt mal so versucht und das soll dann hier so integriert werden. Darum geht es jetzt. Also ran an den Klebestift. Und dann geht es auch schon los. Und ich fange jetzt mit der größten Klebefläche hier an. Also mit dieser kleinen Tapete, will ich es mal nennen. Tapete für die Lasche. Und ja, ich nehme wie gesagt hier für den Klebestift. Der Klebestift funktioniert ganz gut. Das Papier wird auch nicht allzu feucht dadurch. Es lässt sich ganz gut bearbeiten und auch für den Moment noch verschieben. So lange es noch nicht angezogen hat. Das ist ganz praktisch. So. Und ja, jetzt geht es darum, es richtig aufzukleben und möglichst gerade hier rein zu bekommen. Also ich klebe das jetzt hier direkt in den Falz hinein, möglichst genau. So. Das kann man von dieser Seite andrücken und lege dann auch hier gleich diese Einfassung drumherum. Sodass hier eine, dadurch wird die Lasche etwas stabiler. Dieses, die Tapete ist ja zwar ein stabiles Papier, fühlt sich aber so etwas lapperig an, sage ich mal. So ein bisschen weich und biegsam. Und schön ist das schon, wenn die Lasche so eine gewisse Stärke hat. Und das haben wir hiermit erreicht. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen schönen, also eine schöne farbliche Gestaltung, ein schönes Element, ein sonniges Element. Dann kann der Rest hier oben und unten abgeschnitten werden. Und diese kleinen Abschnitte oder einen davon möchte ich nutzen als sozusagen Fixierungspunkt oder Befestigungsstelle für das Gedicht von Oerding. Was ich ja in die Lasche rein oder hinter die Lasche kleben will. Da ist er nun, der Vers. Und der heißt, weil die Sonne ihre Pausen braucht und sich dann irgendwo versteckt, mache ich ein Foto, denn das Licht ist gerade so schön, damit ich auch an dunklen Tagen die hellen nicht vergesse. Und ja, das jagt mir immer wieder so eine Gänsehaut über die Arme, weil ja, wir alle erleben dunkle Tage, nicht nur jetzt im Herbst, sondern auch im Leben. Und das ist so ein schöner Vergleich. Das stimmt also für diese Jahreszeit. Wenn wir im Sommer genug getankt haben an Wärme und auch jetzt noch in die Sonne gehen und uns bestrahlen lassen und das auch bewusst erleben, dann durchstehen wir vielleicht auch die Phasen, wenn der Regen, der Nebel und das Dunkel gar nicht mehr aufhören will. Weil wir ja diese Erinnerung in uns tragen und das Gefühl und im Leben ist es auch so, wenn man durch schwere Zeiten hindurch gehen muss, dann ist es gut, positive und wärmende Erinnerungen im Herzen zu haben, die einen über solche schweren Zeiten dann auch tragen und einem helfen, nicht zu verzweifeln. Und ich wünsche dir und euch allen, die ihr hier dabei seid, dass ihr solche Sonnen in eurem Herzen habt. Und das ist das Symbol dafür, dieser Vers und auch diese Seite. Und für mich so, ja, eben halt so ein kleiner Anker, an dem ich mich dann auch mal festhalten kann, wenn es mal gerade nicht so läuft. Im nächsten Schritt würde ich hier diese kleinen lustigen Sonnen einkleben, das ist vielleicht ein bisschen kindisch, aber mir macht es Spaß, also darf es da rauf. Und auch die werden mit dem Klebestift angeklebt, ich glaube drei genügen. Ich weiß nicht, ob die noch, diese ist gefällt mir besser. Also nehmen wir die drei und die werden jetzt also ziemlich, ziemlich wahllos da verteilt. Und dann. Für den Inhalt der Tasche habe ich mir aus dem zweiten Stempel so eine Sonne gestempelt. Der zweite Stempel macht diesen Stempelabdruck. Und je nach Papier natürlich unterschiedlich. Hier ist der nicht so grobkörnig, sondern feiner. Aber ich belasse es meistens nicht bei diesem Abdruck, sondern wie du hier siehst, gehe ich da mit Feinliner nochmal rein, verstärke nochmal die Konturen. Hier habe ich zum Beispiel diese weißen Striche, die habe ich dann nochmal farbig gestaltet. Und so ergibt sich plötzlich ein ganz, ganz anderer Effekt. Hier habe ich auch nochmal so ein Exemplar. Da siehst du, da war das so körnig hier. Ich habe hier nochmal ein bisschen mit Farbstiften nachgeholfen. Und so entstehen dann die verschiedensten Sonnen aus diesem einen Stempelabdruck. Und diese Sonne, die ist auf recht festem Papier. Das ist dieses Papier, was hier auch schon verwendet worden ist. Also dies. So kann man immer die letzten Reste auch noch anwenden und verwenden. Und ich möchte, dass diese Sonne so zum Rausnehmen sozusagen, eine Sonne to go, hier in dieser Tasche steckt. Und dann möchte ich halt das Gedicht von Goethe hier aufkleben. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was auch Oerding sagt. Es geht um leuchtende Erinnerungen, die man sich bewahrt für schwere Tage. Und ich finde es so faszinierend, dass also zwei Männer, die ja mehr als 200 Jahre auseinander sind sozusagen, sich so über diese Zeit eigentlich die Hände reichen und das gleiche empfinden und das gleiche ausdrücken. Und damit ist die Sonnenseite in diesem Herbstjournal erst mal fertig angelegt. Ich habe noch ein bisschen mit dem Fineliner gearbeitet. Ich habe hier zum Beispiel diese Sonnen einmal schwarz umrandet und bin auch hier noch einmal an dieser Einfassung der Lasche noch einmal in schwarz heruntergegangen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Für mich strahlt diese Seite Wärme aus und Fröhlichkeit. Das ist das, was ich eigentlich erreichen wollte. Ich habe meine beiden Gedichte integriert, das eine versteckt, das andere ganz offen und bin erst mal zufrieden und lasse sie erst mal so. Es kann aber sein, dass ich in den nächsten Tagen, wenn ich nochmal drüber gucke, dass mir dann das eine oder andere noch auffällt, was ich verändern möchte. Es könnte zum Beispiel sein, dass hier noch irgendwas entsteht, weil es ja eine sehr leere Fläche ist. Aber zur Zeit weiß ich noch nicht, wie ich das ändern könnte. Das kommt dann automatisch. Für heute soll es erst mal so reichen. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt. Ich habe ja jetzt so viel bedruckte Papiere mit Sonnen drauf. Was könnte man mit diesen Sonnen denn noch so anstellen? Und ja, da habe ich mir so gedacht, man könnte, ich will sie mal Motivationskärtchen oder Aufmunterungskarten nennen, die man sich selbst und anderen auch verschenken kann, mal einfach so jemanden in die Jackentasche stecken kann. Das sind auch nochmal die kleinen Sonnen, hier mit Feinleiner über den Rand gezeichnet, die Mitte nochmal farbig verstärkt. Und auf die Rückseite habe ich dann geschrieben, kleine Sonnen für dunkle Tage. Das ist ein ATC-Kartenformat, so ein Sammelkartenformat. Insofern eignet sich das auch für diejenigen, die sich mit den ATC-Karten auskennen und auch gerne tauschen, würde sich sowas auch prima als Tauschkarte eignen. Dann könnte man vielleicht die Serie so nennen oder die Karte so nennen, kleine Sonnen für dunkle Tage und könnte hier die übrigen Angaben auf die ATC-Karte auch schreiben. Diese hier ist ganz ähnlich, aber nochmal mit den kleinen Sonnengesichtern. Und da habe ich geschrieben, ein paar Sonnenstrahlen für mich. Und auch die möchte ich vielleicht hier in diesem Buch noch unterbringen, auch um sie mir bei Bedarf ansehen zu können oder rausholen zu können und mich daran zu freuen. Ja, und hier kommt nochmal eine Sonne aus diesem Stempel. Und auch hier habe ich so eine Karte vorbereitet. Ein paar Sonnenstrahlen für dich steht da drauf. Auch was, was man jemandem in die Hand drücken kann. Und ich werde jetzt hier die Sonne draufkleben und die vielleicht einem lieben Menschen dann schenken und ihnen vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Damit ist unser kleines, unser kleiner Ausflug in die Welt der Sonne und der guten Erinnerung und der Wärme für heute beendet. Eine kleine Seite ist entstanden in unserem Journal. Und ich wünsche dir für diesen Herbst viele sonnige Tage natürlich und viele schöne Erinnerungen, wenn du sie gebrauchen kannst. Wir sehen uns nächste Woche wieder, so hoffe ich jedenfalls. Pass gut auf dich auf bis dahin und ganz liebe Grüße an dich, deine Birgit. Und dann nochmal ein bisschen Gas. Und ich werde jetzt in der ganzen Art sehen. Vielen Dank.